Mein Name ist Sarah und das ist eine Geschichte aus meinem Leben. Es war kurz vor Weihnachten und mit kurz vor meine ich einen Tag davor. An diesem Tag kam ich früher als gedacht von der Arbeit nach Hause und wollte, wie in jedem schlechten Hollywood-Film, meinen Partner überraschen. Nur, naja, eine schöne Überraschung war es für uns beide nicht. Genau hier seht ihr Mike, mein Mike, mit dem ich bereits sieben Jahre zusammen war. Aber Überraschung, die Frau da in seinen Armen, das bin nicht ich. Ich stellte keine Fragen, ich wollte keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung hören, ich wollte nur schreien und weinen und genau das tat ich auch. Und dann machte ich mich auf den Weg zu meiner Familie. Allein. Das erste Mal seit sieben Jahren. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist mein Weihnachtsspecial. Viel Spaß! Weihnachten ist vielleicht schon vorbei, aber der Simzember noch nicht. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, der Simzember ist ein super cooles Projekt, an dem insgesamt 31 CreatorInnen aus der Sims Community beteiligt sind. Mehr Infos zum Projekt findest du hier in der Videobeschreibung. Schau auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei. Es sind wirklich großartige Dinge entstanden, das solltest du auf keinen Fall verpassen. Ich darf euch heute eine etwas andere Weihnachtsgeschichte erzählen. Man könnte meinen, es ist ein kitschiger Hollywood-Film. Und wer das meint, der hat Recht. Also lehn dich zurück und genieße die Show. Und als wäre das alles nicht schon genug für einen Tag gewesen, gerate ich auch noch in einen Streit mit einem Fremden. Ich würde falsch parken, meinte er. Hier dürfte man nicht parken. Ihr müsst wissen, normalerweise bin ich eine durchaus ruhige Person, habe meine Emotionen immer im Griff und streite nicht mit Fremden. Aber heute ist nichts normal. Und deshalb habe ich vielleicht den wildfremden Mann ein wenig angeschrien. Und dann kam ich endlich bei meiner Familie an. Ob ich diese Feiertage wohl ohne Mike überstehen würde? Und hier sind wir jetzt im Spiel und genau in diesem Haus beginnt unsere Geschichte. Hier haben wir die Familie Johnson. Sarah kennt ihr ja schon aus dem Intro. Und wie ihr auch wisst, ist sie gerade ihre Eltern besuchen. Also hier haben wir Gloria und hier haben wir Daniel. Nur zur Info, dieses Video wird eine Kombination aus Gameplay und Filmsequenzen. Einfach damit ich die Geschichte so erzählen kann, wie ich sie gerne erzählen würde. Aber dann hätte ich gesagt, wir schauen gleich mal bei der Familie vorbei. Und hier haben wir jetzt unsere Sarah. Wie wir sehen, sie ist sehr, sehr wütend. Sie hat nämlich die Stimmung Koketter Gatte wegen Eifersucht. Der Ehepartner von Sarah hat mit jemand anderem geflirtet. Hat dieser Sim das hinter ihrem Rücken getan? Naja, um ehrlich zu sein, er hat es nicht mal hinter ihrem Rücken getan, denn sie hat es gesehen. Außerdem hat sie jetzt auch noch die Angst, betrogen zu werden. Finde ich sehr spannend, denn sie wurde ja betrogen und hat es sogar gesehen. Aber sie hat trotzdem Angst davor. Wie gesagt, Sarah geht es absolut nicht gut. Sie ist jetzt eben alleine bei ihren Eltern. Und ich weiß, sie ist in diesem Spielstand jetzt Teil des Haushalts. In Wirklichkeit ist sie natürlich nur zu Besuch. Dann wird sie jetzt gleich mal ins Haus gehen und ihre Familie begrüßen. Ihre Mutter sitzt gerade hier und schaut fern. Dann wird sie jetzt mal hingehen und wird sie einmal liebevoll umarmen. Immerhin haben sich die beiden schon länger nicht mehr gesehen. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, ihrer Mutter wird sehr bald auffallen, dass irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Immerhin ist sie unfassbar wütend und das wird ihrer Mutter ganz sicher nicht entgehen. Aber die beiden sind jetzt gute Freunde geworden. Oh, wie süß ist das? Dann unterhalten sich die beiden jetzt einfach einmal. Und natürlich ist das Erste, was ihre Mutter fragt, wo ist denn Mike? Wieso ist Mike nicht da? Wollte Mike nicht mit uns zusammen feiern? Und Sarah möchte jetzt erstmal ein wenig ablenken und beschwert sich darüber, wie kalt es hier ist. Warum liegt den Händler und Bagley eigentlich immer Schnee? Aber ihre Mutter lässt nicht locker und deshalb versucht sie jetzt einen blöden Witz zu machen und sagt einfach, ja, du weißt ja wie Mike ist, der ist so ein Workaholic, der arbeitet noch. Natürlich könnte sie ihrer Mutter die Wahrheit sagen, aber es ist alles noch so frisch und Sarah möchte sich einfach nicht damit auseinandersetzen. Noch nicht. Früher oder später muss sie es sowieso. Und nachdem sie ihre Mutter begrüßt hat, muss sie natürlich auch noch ihren Vater begrüßen und unterhält sich auch mit ihm ein wenig. Sie wird ihn jetzt erst einmal bewundern und sagen, danke, dass ich wieder da sein darf zu Weihnachten. Und ich bin so gern bei euch. Und natürlich fragt auch er als erstes, wo hast du denn Mike gelassen? Wieso ist er nicht da? Und ja, irgendwie ist ihr alles zu viel. Sie ist gerade erst angekommen und jeder durchlöchert sie damit, wo Mike denn geblieben ist. Und sie kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie ist es ihr auch peinlich, dass sie betrogen wurde. Und sie kann es auch noch nicht ganz verstehen. Wie konnte das ihr passieren? Warum ausgerechnet ihr? Und jetzt wird sie auch noch von ihrer Schwester angerufen. Hallo Sarah, ich werde jetzt einfach mal alles ignorieren, was da steht. Ihre Schwester ruft sie einfach an und sagt, hey, Mom hat mir Bescheid gesagt. Du und Mike kommt heute schon, seid ihr schon da? Und ja, schon wieder spricht jemand über ihren untreuen Verlobten. Und dann sagt sie so, ja, ja, wir sind schon da, aber ich muss jetzt erst mal eine Runde spazieren gehen. Vielleicht können wir uns ja später sehen. Und dann beschließt Sarah einfach mal ein bisschen durchs Dorf zu spazieren. Sie muss einfach irgendwie einen klaren Kopf bekommen. Und deshalb reisen wir mit ihr jetzt mal hier zum Nationalpark. Und sie verbringt ein wenig Zeit in der Natur. Und Sarah sitzt jetzt hier und ist noch immer unfassbar wütend. Natürlich einerseits wegen Mike und andererseits muss sie auch noch immer an diesen unfreundlichen Mann denken, mit dem sie sich einfach schon bei der Ankunft gestritten hat. Sie ist sich ganz sicher, dieses Weihnachten wird das Schrecklichste ihres ganzen Lebens werden. Und dann schaut sie sich um und auf einmal sieht sie tatsächlich, dass jemand auf sie zukommt. Und zwar ist es der Mann, mit dem sie sich gestritten hat. Und dann setzt sich dieser Fremde zu ihr und beginnt mit ihr zu sprechen. Die beiden unterhalten sich einfach und er versucht sie aufzumuntern. Und irgendwie funktioniert das erst so gar nicht. Also sie ist nicht weniger wütend, sondern sie ist einfach nur genervt. Jetzt kommt dieser Fremde, der sie vorhin angeschrien hat, mit dem sie sich gestritten hat und meint, er muss sie trösten. Sie wollte doch einfach nur allein und wütend auf einer Bank im Park sitzen. Warum kann er das nicht respektieren? Aber je länger sie sich unterhalten, desto besser verstehen sie sich auch. Und schließlich entschuldigt sich Sarah auch bei ihm und sagt, tut mir wirklich leid, dass ich heute Morgen so ausgerastet bin. Und dann fragt sie ihn, ja, wie heißt du denn eigentlich? Und der Mann, also Rick ist sein Name, ich glaube, ich habe ihn euch noch nicht vorgestellt, der sagt so, was, du kennst mich nicht mehr? Also ich bin vor kurzem erst wieder hergezogen, aber wie kann es sein, dass du mich nicht erkennst? Und irgendwie findet sie das Ganze auch ein bisschen peinlich, weil Rick eben meint, sie müsse ihn kennen. Und sie hat aber absolut keine Ahnung. Und langsam wird es auch ein bisschen dunkel und langsam findet sie das Ganze auch ein wenig gruselig. Da ist dieser fremde Mann und sie ist allein mit ihm im Park und er sagt auf einmal komische Sachen. Ja, sie sich kennen würden und Sarah kennt sich gar nicht mehr aus und meint dann, ja, es war zwar schön und danke, dass du mich ein wenig auf andere Gedanken gebracht hast, aber ich muss jetzt wirklich ganz dringend nach Hause. Immerhin bin ich ja zu Besuch bei meinen Eltern und da kann ich nicht die ganze Zeit irgendwo im Park verbringen. Und deshalb reist sie jetzt wieder nach Hause. Um halb neun kommt sie dann wieder zu Hause an. Ihr Vater ist tatsächlich schon im Bett, aber ihre Mutter sitzt nach unten vor einem noch nicht fertig geschmückten Weihnachtsbaum und liest noch ein Buch. Und Sarah möchte sich zu ihr setzen und noch ein wenig mit ihr plaudern. Denn so gruselig sie das Gespräch mit Rick am Schluss auch fand, es geht ihr nicht mehr aus dem Kopf, dass er tatsächlich meinte, dass er sie kennen müsste. Und jetzt geht sie eben zu ihrer Mutter und die beiden beginnen sich miteinander zu unterhalten und sie umarmen sich natürlich auch wieder. Irgendwie umarmen sie sich die ganze Zeit. Sarah bedankt sich einfach nochmal, dass sie da bleiben kann und ihre Mutter merkt natürlich, dass noch immer irgendetwas ganz und gar nicht stimmt, aber Sarah ist noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Und dann führen die beiden eine tiefgründige Unterhaltung. Ihre Mutter beschließt dann auch, dass sie das Buch weglegt und sich eben jetzt mit ihrer Tochter auseinandersetzt. Denn plötzlich beginnt Sarah davon zu erzählen, dass sie gerade im Park war und diesen Rick getroffen hat. Und dieser Mann meinte einfach, sie würden sich kennen, aber Sarah hat keine Ahnung, wer es ist. Und ihre Mutter beginnt jetzt ein wenig zu schmunzeln und meint, was, du kannst dich nicht mehr an Rick erinnern? Und dann beginnt sie zu erzählen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du von Rick das erste Mal im Kindergarten erzählt. Ihr seid auf Anhieb beste Freunde gewesen. Ihr habt jede Minute miteinander verbracht. Ich würde sogar sagen, wenn ihr euch einen Tag nicht gesehen habt, war das der Weltuntergang für dich. Und dann ist er weggezogen. Es war von heute auf morgen. Und du warst am Boden zerstört. Und als ihre Mutter die Geschichte fertig erzählt hat, ist Sarah, um ehrlich zu sein, noch verwirrter als vorher. Denn sie kann nicht verstehen, wie sie diesen Rick vergessen konnte. Und so langsam erinnert sie sich an alles und ist aber eigentlich nur noch verwirrt. Tatsächlich hat sie sogar ein bisschen vergessen, was mit Mike vorgefallen ist. Und das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil sie hat den ganzen Tag versucht, nicht daran zu denken und hat es nicht geschafft. Und als sie jetzt aber die Geschichte von Rick aus ihrer Kindheit gehört hat, hat sie es tatsächlich geschafft, Mike für einen kleinen Augenblick zu vergessen. Und mit diesen Gedanken geht sie dann auch ins Bett, denn es ist schon sehr, sehr spät. Und morgen ist immerhin ein anstrengender Tag. Am nächsten Morgen wacht Sarah dann so gegen halb zehn auf. Tatsächlich hat sie gar nicht so schlecht geschlafen. Und dann setzt sie sich in die Küche, wo ihre Mutter tatsächlich schon Frühstück zubereitet. Der gestrige Tag war für sie zwar nicht einfach, aber sie versucht sich noch immer nichts anmerken zu lassen. Sie weiß eigentlich selbst gar nicht, warum ihr das Ganze so unangenehm ist vor ihrer Familie. Aber irgendwie insgeheim hofft sie, dass das mit Mike doch noch in Ordnung wird. Immerhin wünscht sie sich sogar, Mike zu heiraten. Heute ist tatsächlich auch schon der weihnachtliche Vorabend. Also heute wird dann der Christbaum geschmückt. Und Sarah beschließt davor, aber noch ein wenig ins Dorf zu gehen. Also diesmal möchte sie natürlich nicht zu weit gehen, sondern geht nur ein wenig vor die Tür. Und wen trifft sie da? Ja, natürlich Rick. Wie sollte es anders sein in einem kleinen Dorf? Natürlich trifft man immer alle Menschen, die man kennt. Und dann geht sie zu ihm hin und wird erstmal mit ihm tratschen und ihm erzählen, Rick, es tut mir so leid. Mom hat mir gestern nochmal alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich vergessen konnte. Ich weiß es wirklich nicht. Und natürlich ist er absolut nicht böse. Er freut sich einfach nur. Und dann schwärmen die beiden noch ein wenig über die Weihnachtsfeiertage. Immerhin hat Sarah auch schon den perfekten Pullover dafür an. Oh mein Gott, wer bist du und wie siehst du denn aus? Wow, ich habe keine Ahnung, warum ich solche Sachen in meinem Spiel habe. Aber okay, auf jeden Fall freunden sich die beiden jetzt noch ein wenig besser an und unterhalten sich über die Vergangenheit, über die Zukunft, wie es ihnen momentan geht. Sarah teilt Fotos und erzählt, dass sie in seinem Maishuno lebt und äußert dann auch nochmal Zweifel über die Hochzeit und sagt, ja, eigentlich bin ich ja noch mit Mike verlobt. Aber ich weiß auch nicht. Immerhin, er hat mich hintergangen. Ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Und Rick meint natürlich, hey, er hat dich betrogen. Bitte mach sofort Schluss mit ihm. Und sie findet das halt nicht so cool, weil sie sich halt denkt, das ist nicht deine Beziehung, sondern meine und beleidigt ihn einfach mal ein bisschen und sagt, das ist nicht okay. Du kennst Mike doch gar nicht. Mike ist ein guter Mensch. Er hat nur einen Fehler gemacht. Und in Wirklichkeit möchte er natürlich nur das Beste für sie, aber sie sieht das nicht ein. Und so trennen sich ihre Wege leider wie gestern auch ein wenig negativ. Und sie sagt, ich muss jetzt gehen. Schön oder auch nicht so schön, dass wir uns gesehen haben. Vielleicht treffen wir uns ja bald wieder. Nach dem eher unangenehmen Wiedersehen mit Rick hat Sarah den Tag einigermaßen hinter sich gebracht. Und jetzt haben wir 18 Uhr. Und zwar fängt jetzt ein Ereignis bald an. Hier heißt es Hausparty. In Wirklichkeit wird die Familie jetzt gemeinsam den Christbaum schmücken. Und zwar die ganze Familie, denn dazu wurde auch die Schwester von Sarah eingeladen und ihr Kind und ihr Mann. Dazu ziehen sich auch alle schön an. Es gibt ja solche Familien. Also meine Familie ist das ehrlich gesagt nicht. Ich bin zu Weihnachten meistens im Pyjama. Aber sehr viele Leute ziehen sich schön an. Und hier haben wir eben Patrick Green. Also das ist der Mann ihrer Schwester. Dann ist hier ihre Schwester Jennifer. Die hat ein sehr wildes Outfit gewählt. Und irgendwo müsste auch noch deren Kind sein. Hier draußen, wo sonst genau, hier haben wir Marie. Und dann wird die Familie, wie man das eben so macht, jetzt gemeinsam in Weiß und Gold den Baum schmücken. Vielleicht Popcorn und Preiselbeeren für die Girlanden. Dann werden wir einen gelb-weißen Schmuck machen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch eine weiß-goldene Spitze. Ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht. Und ich glaube, Sarah kann jetzt auch ein wenig auf andere Gedanken kommen. Also natürlich hat sie Mike noch immer im Hinterkopf. Und vor allem auch das, was Rick zu ihr gesagt hat, weil er halt gemeint hat, hey Sarah, lass dir das nicht gefallen. Bitte lass dich doch nicht von irgendjemandem schlecht behandeln. Mach doch einfach Schluss mit ihm, beende das Ganze. Aber Sarah möchte irgendwie nicht so wirklich darüber nachdenken und freundet sich in der Zeit lieber mit ihrer Familie an und möchte darüber erst später nachdenken. Wenn ihr euch fragt, was heißt später, das weiß sie selbst nicht so genau. Also sie weiß natürlich, irgendwann muss sie sich damit auseinandersetzen. Irgendwann wird sie Mike auch wiedersehen. Aber es ist alles noch zu frisch. Es ist alles noch zu früh. Sie möchte jetzt erst mal in Ruhe Weihnachten feiern. Aber hört ihr das? Der Leute, der ist doch an der Tür. Das wird doch wohl nicht Mike sein, oder? Doch. Mike steht tatsächlich vor der Haustür. Um genau zu sein, kommt er sogar hinein. Und natürlich geht er nicht darüber, sondern in Wirklichkeit geht er direkt zu Sarah hin und möchte mit ihr sprechen. Sarah ist jetzt natürlich erst mal aufgebracht, versucht aber freundlich zu sein, denn immerhin ist ihre Familie da und deshalb fragt sie einfach, was machst du hier? Warum bist du da? Aber natürlich möchte sie jetzt erst mal, dass es so aussieht, als wäre zwischen den beiden alles in Ordnung, denn immerhin ist ihre ganze Familie da. Und deshalb sagt sie, Mike, wir müssen in Ruhe miteinander sprechen. Und dann setzen sie sich erst mal... Wo könnten sie sich denn hinsetzen? Ja, sie setzen sich gemeinsam hier nach draußen an die Feuerstelle, denn Sarah muss natürlich das Ganze jetzt erst mal klären. Während die Party da drinnen weitergeht, führen die beiden da draußen jetzt also ein ernsthaftes Gespräch. Und wie wir sehen, Sarah ist wirklich wütend. Also die beiden streiten miteinander, die beiden werfen sich alles Mögliche an den Kopf und Sarah sagt, wie kannst du jetzt einfach hier auftauchen? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du hast mich betrogen. Und er meint natürlich, ja, das war ein Fehler, das wollte ich doch gar nicht und irgendwie bist auch du schuld. Also du bist schuld, dass ich dich betrogen habe. Du hast mir keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Und Liza, die war einfach da für mich. Sarah zeigt sich davon wenig beeindruckt. Und er meint jetzt, Sarah, ich möchte dich trotzdem noch heiraten. Und was glaubst du eigentlich, dass du jemanden Besseren findest als mich? Und nach ewigen Diskutieren beschließt sie schließlich ihm wieder zu verzeihen und lässt sich nochmal auf ihn ein, denn irgendwie versteht sie das ja auch, dass er sich allein gefühlt hat. Sie hat sehr viel gearbeitet, hat sich kaum um ihn gekümmert und ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und deshalb denkt sie sich, wir haben sieben Jahre zusammen durchgehalten. Ich glaube, wir sind schon irgendwie füreinander bestimmt. Und er ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen beleidigt. Warum ist er beleidigt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall beschließt sie, ihm zu verzeihen. Und er sagt, er bleibt jetzt natürlich auch hier und möchte Weihnachten gemeinsam mit ihr feiern und deshalb fügen wir ihn jetzt erstmal temporär zur Familie hinzu und die beiden sind wieder zusammen. Sarah ist sich jetzt noch nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war, aber sie glaubt Mike und sie glaubt ihm, dass das ein einmaliger Fehler war und dass das nicht mehr passieren wird. Und weil es schon sehr spät ist, beschließt sie dann auch, ins Bett zu gehen. Es war drei Uhr morgens, als ich ganz plötzlich aufwachte. Es gab kein lautes Geräusch, ich hatte keinen Albtraum, noch sonst irgendetwas, das mein Aufwachen begründen könnte. Und dann bemerkte ich, das Bett neben mir war leer. Aus dem Badezimmer hörte ich leise eine Stimme. Nein, ich bin nicht bei ihr. Ich hab dir doch gesagt, Liebling, es ist vorbei zwischen uns. Ich hab sie auch nie wirklich geliebt. Mach dir keine Sorgen. Ich melde mich, wenn ich wieder in der Stadt bin. Ich erstarrte. Dann hörte ich ihn zurück ins Zimmer kommen. Er legte sich neben mich ins Bett und schlief seelenruhig ein. Und jetzt haben wir kurz vor 5 Uhr morgens, alle anderen schlafen noch. Und wie wir gesehen haben, Sarah weiß jetzt, dass er sie noch immer betrügt und dass er sie vermutlich auch weiterhin betrügen wird. Und sie fühlt sich natürlich in Wirklichkeit nicht sehr kokett, sondern ist einfach nur unglaublich traurig. Weil sie jetzt nicht genau weiß, was sie tun soll, beschließt sie mal wieder spazieren zu gehen. Weil es euch noch nicht aufgefallen ist, Sarah geht unglaublich gern spazieren. Also sie ist ein Mensch, der gerne draußen ist. und deshalb geht sie jetzt hier auch im dunklen Spazieren und setzt sich hier auf eine Bank. Hier ist es wirklich dunkel. Ich sehe fast gar nichts. Aber auf jeden Fall setzt sich Sarah jetzt einfach hier auf die Bank und denkt nach. Sie denkt einfach nach und überlegt, wie sie weiter vorgehen soll. Ich weiß, es passt gerade gar nicht, dass sie sich unglaublich kokett fühlt und die ganze Zeit lacht. In Wirklichkeit ist sie nämlich unfassbar traurig. Denn sie hat Mike verziehen und er hat sie einfach wieder hintergangen. Beziehungsweise er hat nie aufgehört, sie anzulügen. Er meinte doch, zwischen ihm und der anderen Frau ist es aus und in Wirklichkeit war es aber absolut nie vorbei. Und deshalb beschließt sie, heute am Weihnachtstag, denn ja, heute ist Weihnachten, dass es ihr reicht. Und deshalb wird sie jetzt zu Mike gehen, wird sich von ihm trennen. Und das passiert jetzt natürlich auch noch zum besten Zeitpunkt, denn Mike sitzt gerade am Frühstückstisch mit ihrer Mutter und ihr Vater ist auch im gleichen Raum. Aber Sarah ist das jetzt einfach egal. Sie hält es nicht mehr aus. Sie wird ihm einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen und sagen, ich habe dich gehört. Ich habe gehört, dass du dich mit ihr unterhalten hast. Du wagst es, mit ihr zu sprechen, während ich im Bett liege und schlafe. Und er sagt jetzt so, was, das hast du geträumt? Ich habe mit niemandem geredet und versucht jetzt auch noch so seine Anrufliste herzuzeigen. Und hat den Anruf natürlich rausgelöscht. Er ist ja nicht ganz blöd. Also irgendwie schon, aber zumindest nicht, was Intelligenz betrifft. Und ihr reicht es einfach komplett. Sie beleidigt ihn nochmal. Sie brüllt ihn an. Sie fragt, was er eigentlich für ein Problem hat. Und zeigt ihm die kalte Schulter und sagt einfach nur, ich hätte alles für dich gemacht. Aber es ist vorbei. Ich lasse mich einfach nicht mehr veräppeln. Und dann wird sie sich trennen. Sarah Johnson macht mit Mike Halls Schluss. Und wir sehen, ihre Mutter ist da und ihr Vater ist da und die beiden versuchen das irgendwie ein wenig zu überhören. Aber natürlich mischen sie sich jetzt auch ein. Denn sie merken, Mike möchte nicht gehen und möchte da bleiben. Und jetzt wird auch ihre Mutter ihn anbrüllen und sagen, du hast meine Tochter betrogen. Du belügst meine Tochter. Was ist mit dir? Sie brüllt ein wenig herum und ihr Vater bleibt da eher im Hintergrund, aber ihre Mutter schreit einfach nur noch herum. Und im Endeffekt sagt ihr Vater dann aber, Mike, ich kann für nichts garantieren. Ich sehe, wie wütend meine Tochter und meine Frau gerade sind. Versucht ihn ein wenig zu beruhigen und sagt, es reicht, Mike. Du solltest jetzt gehen. Und dann werfen wir ihn jetzt aus der Familie und schicken ihn auch gleich mal nach Hause. Bye, bye, Mike. Du kannst jetzt gehen. Ich hoffe, wir sehen dich niemals wieder. Und er verschwindet jetzt und Sarah fühlt sich natürlich ein wenig traurig, aber hauptsächlich fühlt sie sich tatsächlich glücklich. Sie fühlt sich glücklich, dass sie sich getraut hat, die Beziehung zu beenden und dass sie jetzt eingesehen hat, dass er einfach nicht gut für sie war. Weihnachten lag nun schon einige Tage zurück. So lange wollte ich nie bei meinen Eltern bleiben. Aber wo hätte ich denn hin sollen? Mike war in unserer gemeinsamen Wohnung und er hätte mich nicht in Ruhe gelassen. Immerhin rief er mich zu diesem Zeitpunkt gefühlt alle fünf Minuten an. Zumindest traute er sich nicht mehr her. Meine Mutter hatte ihn schreiend aus dem Haus gejagt. Ich übertreibe nicht. Es war genau so. Die letzten Tage hatte ich viel nachgedacht. Aber heute wollte ich nicht an Mike denken. Heute war Silvester und ich hatte meinen Eltern versprochen, einmal nicht Trübsal zu blasen. Wir hatten vor, ins Dorf zu gehen und mit den Nachbarn zu feiern. Wie das wohl werden wird? Und wie ihr es euch sicher schon gedacht habt, wir befinden uns jetzt im örtlichen Pub, denn dort steigt die Silvesterfeier. Wie wir sehen können, es sind schon jede Menge Menschen da. Und tatsächlich schauen alle zusammen gerade Silvester-TV. Genau, Silvester-TV heißt das Ganze. Das schaut sich die ganze Gruppe gerade zusammen an. Also ich finde das unglaublich süß. Einfach so der Gedanke, dass das gesamte Dorf einfach zusammen Silvester feiert. Sarah hat sich gerade ihr Lieblingsgetränk bestellt und setzt sich hier an einem Tisch, um den Fernseher eben besser sehen zu können. Wie wir sehen, es geht ihr gut. Also sie fühlt sich unglaublich selbstsicher. Sie hat die letzten Tage eben bei ihren Eltern verbracht und neue Kraft getankt. Und sie hat für sich jetzt beschlossen, dass sie mit Mike nie wieder zusammen sein möchte. Er hat sie hintergangen, er hat sie betrogen und er hat alles, was sie gemeinsam aufgebaut haben, einfach weggeworfen. Jetzt hat sie natürlich auch eingesehen, dass eine ganz bestimmte Person recht gehabt hat. Nämlich unser Rick. Hier haben wir ihn, wie alle anderen, ist er natürlich auch hier und feiert Silvester. Und Sarah muss jetzt einfach mit ihm sprechen und muss sich bei ihm entschuldigen. Deshalb werden wir jetzt einfach mal hingehen und einfach sagen, hättest du vielleicht einen Augenblick Zeit? Ich würde mich wahnsinnig gern mit dir unterhalten. Und jetzt geht sie eben quer durch den Raum, setzt sich an einen anderen Tisch und er noch weiter weg. Alles klar. Anscheinend schreien sie gerne durch den gesamten Raum. Aber das ist nicht schlimm. Das kennen wir von Sims ja. Aber ich glaube, die beiden brauchen einen ruhigeren Ort, um sich wirklich unterhalten zu können. Aus diesem Grund werden sie jetzt hier nach oben gehen. Oh mein Gott, das ist so ein cooles Pub. Es sieht einfach großartig aus. Und hier oben ist niemand. Und deshalb werden sie sich jetzt hier oben hinsetzen. Einfach damit sie in Ruhe über alles sprechen können. Und hier sitzen die beiden jetzt hier an der Bank und Sarah erzählt ihm alles. Sie erzählt, dass sie Mike zuerst vergeben hat und dass er sie einfach nochmal hintergangen hat. Und dann betont sie einfach, Rick, du hattest sowas von Recht. Er ist so ein Mistkerl. Und ich hätte ihm nicht verzeihen dürfen. Und Rick ist natürlich überhaupt nicht nachtragend, denn es ist nun mal schwer, sich einzugestehen, dass die Person, die man eigentlich gern hat, einen nicht gut behandelt. Und das ist eben nicht einfach. Und deshalb hat es bei Sarah eben etwas gedauert. Dann wird sie einmal Silvester-Konfetti werfen und wird ihm noch eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und die beiden verstehen sich einfach unheimlich gut. Und langsam wird ihnen irgendwie klar, dass vielleicht doch mehr zwischen ihnen ist, als sie gedacht haben. Und jetzt ist es kurz nach Silvester und Sarah traut sich, ihn einmal anzuflirten und sagt, ganz ehrlich, Rick, ich glaube, ich war schon in der Kindheit ein bisschen in dich verliebt. Und während die beiden sich hier ihre Gefühle füreinander gestehen, haben wir jetzt sogar auch noch Hintergrundmusik bekommen. Hier spielt die gute Sarah Scott auf der Geige und Candy Bear spielt Gitarre. Das habe ich tatsächlich wirklich nicht eingefädelt. Das hat sich das Spiel selbst ausgedacht. Und wie es eben zu einem kitschigen Hollywood-Film gehört, jetzt hier an Silvester kurz nach 12 Uhr mit wunderbarer Geigenmusik im Hintergrund werden die beiden jetzt den ersten Kuss miteinander erleben und gehen somit einen Schritt näher Richtung Happy End. Nein, Sarah, du denkst nicht schlecht über Rick. Rick, du magst Rick. Und jetzt erleben sie den ersten Kuss miteinander. Oh, wie süß! Und Candy Bear ist natürlich ins Bild gelaufen. Und nun hat Sarah endlich einen Partner, der sie wertschätzt. Und nun zu zweit leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Diese Geschichte liegt nun zehn Jahre zurück. Es ist viel passiert. Es gab viele Höhen und Tiefen, aber nichts musste ich mehr alleine durchstehen. Denn seit diesem Tag ist Rick an meiner Seite. wenn ich etwas daraus gelernt habe, dann ist es folgendes. Das Leben ist schön und wir alle verdienen es, glücklich zu sein. Lass dich nicht schlecht behandeln, egal von wem. Du verdienst mehr. Ja. Ich bin wieder. Untertitelung des ZDF, 2020